Ja? Kannst du den nicht wegräumen? Kannst du nicht? Kann ich sagen, hier, putz mal. Ha, und jetzt? Abladen. Hinlegen. Oh, herrlich. Bist ja herrlich bist du. Und was machst du hier gerade? Carina, komm mal, komm mal da raus. Gut. Carina, du könntest mal, ähm, einfach da stehen bleiben. Was machst du jetzt hier, Junge? Junge, was machst du denn? Geh mal, geh mal abladen jetzt. So, können wir hier ein bisschen noch weitermachen. So, dann kommen wir auch hier ganz durch. Und noch da geht es nicht weiter. Noch da, da geht es noch weiter, guck mal. Gut, los, geh arbeiten. Ähm, ähm, okay, gerade von da aus, ist mir egal von wo du greifst. Und da war es vorbei, weil keiner mehr heute nicht mehr hochkommt. Okay. Ich verstehe, was ihr hier macht. Ne, ich verstehe es nicht, aber es ist ja... Also, irgendwie muss ich doch das hier oben, den Berg weg tragen können. Ich muss doch gehen. Mit meiner Hilfsgruppe komme ich nicht da hoch. Okay, ich versuche mal mein Glück, indem ich einfach diesen Balken... Jetzt ist das natürlich im Weg. Komm her. So, kann ich dich daraus setzen. So, geht das? Ist so ganz sicher machbar, oder? So, Treppe. Davor. Und da auch noch hin. Mal gucken, wo ich dann rankomme. So, wer baut das? Ich glaub du. Geh mal da bauen. Gut. Ja, das sieht gut aus. Steinen sind noch genug da. Na ja, hier ist alles voll mit Stein. Die anderen stehen jetzt gerade mal rum und machen nix. Das ist aber nicht so schlimm. Die immer um diese Dinger herum tragen müssen. Oh, guck mal, ja, aber jetzt wieder. Lass jetzt den einen bitte vorher hochgehen. Okay. Jetzt steht euch wieder gegenseitig im Weg. Herzlichen Glückwunsch. Runter mit dir. Ich teile dich jetzt einfach anders zu, Patrick. Du bist jetzt hier. Du kannst jetzt hier hin. Du auch. Oh, hoffentlich kriegen sie jetzt den Berg da oben kaputt. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Dieser Berg muss unbedingt auch weg. Der ist ganz schön groß hier. Berge müssen von oben nach unten abgearbeitet werden. So, jetzt stehen sie wieder da und können wir ja nichts machen. Super. Mach mal die Staubsauger an. Hallo. Kannst du nicht. Oh, machst du jetzt kaputt. Von da haust du da oben hin. Interessant. Ja, du bist jetzt wieder ein Gefangener, ne? Du hast es drauf. Kannst du irgendwie da runter kommen? Der ist kein Weg runter, ne? Oh, Mann. Okay. Wir machen einfach mal hier. Auf der Seite ein neues Tunnelprojekt. Neues Tunnelprojekt. Okay. Und zwar hier. Einfach mal in die Richtung. Einfach mal. Einfach mal machen. So, und zwar macht ihr das. Du und du. Zumindest der eine macht. Das fängt an. Zu buddeln. Wir werden diesen Berg noch irgendwie wegkriegen. Kann ja nicht sein. Was machst du denn hier? Du bist der Staubsaugermann. Okay. Ich versteh schon. Der Staubsaugermann. Ja, ihr buddelt jetzt da zusammen. Ihr macht irgendwie diesen Berg weg. Dann bin ich schon glücklich, wenn ihr das macht. Ja, Tim. So ist das recht. So ist recht, Tim. So ist recht. Da guckt euch den Tim an. Der kann das, ne? Der hat hier Bergbau studiert und räumt jetzt hier ordentlich ab. So, und was macht Flagmedia? Ja, guck mal hier. Er hat sich bei Tim so einiges abgeguckt. Es ist quasi in die Lehre gegangen. Und jetzt kann er das genauso gut. Komm, befreit mal eben hier. Genau, jetzt habt ihr den Patrick befreit. Hey. Super. Ich bin begeistert. Wie geil die das jetzt abtragen. Schau dir das mal an. Der Berg ist quasi schon geschafft. Was ist mit dem letzten Gebiet da hinten? Danke. Das muss auch noch weg. Und das damit auch noch. So, das ist quasi alles auf eine Höhe gleich. Ähm, kann ich das noch hier erweitern? Danke. Das ist perfekt. So, dann steht jetzt gleich nur noch ein Knüppel hier hinten, ne? Den kann ich nicht erarbeiten. Steht euch wieder alle gegenseitig im Weg. Ja. Und bewegt euch mal. So, und was ist, wenn ich das jetzt weiter runter machen will? Dann muss ich das wahrscheinlich anders ansetzen. So, das hier kann erstmal weg. Das brauchen wir grad nicht mehr. Das hier. Kann auch erstmal weg. So. Ja Jungs, was ist denn hier los? Bringt man das Zeug weg? Bitte. So, ich setz euch neuen Tunnel an. Beziehungsweise mach ich jetzt mal, glaube ich, die Schaufel hier oben hin. Richtig. So, und jetzt? Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Jawoll. Jetzt, jetzt, jetzt fangen wir an aufzuräumen hier. Ah, Mann, Mann, Mann. Das ist gar nicht so einfach zu spielen hier, wie wir immer alle denken. Ich muss das hinten weg machen, damit ich die Mauer da hinten fertig bauen kann. Vielleicht kann ich das hier, was ich hier schon aufgetürmt habe, irgendwie verwenden. Das weiß ich aber noch nicht. Ich glaube, ich baue das lieber wieder ab. Aber dieses bauen soll doch nicht. Hab diesen einen Dreckklotz da, oder was? Bin mir jetzt nicht sicher, ob die das machen oder nicht. So, wollen wir mal ein bisschen näher rangehen, gucken. Ich brauche mal irgendeinen, der hier aufräumt. Wie heißt es mit dir, Carina? Ja, ja, die Frau muss wieder putzen, ich weiß. Komm. Hä? Putzen. So, du. Okay, ich mache hier einfach ein neues Putzkommando. Da hin. Carina, dafür bist du jetzt zuständig. Bitteschön. Seid ihr fertig? Seid ihr fertig, oder was? Mit eurem Berg weg und schütteln? Habe ich weg gemacht, einfach das Ding, oder wie? So. Und los, ihr beiden. Herrlich, guck mal, wie sie das machen. Guck mal, guck mal. Oh, herrlich. Bin begeistert. Hier liegen nur irgendwelche Steine rum, die muss doch irgendeiner mal aufsammeln. Was ist mit dir, Patrick? Wollen wir die ganzen Schund weg in der Hast? Black Media. Hast du was in der Hand, oder bist du leer? Du bist leer, gut. Kann ich dir hier so ein Putzen reinmachen, oder was ist mit diesen Sachen, bitte? Black Media, kannst du die mal aufheben? Diese Blöcke, die... Ich weiß nicht, was sind. Erde? Auf jeden Fall liegen sie im Weg, und die kann keiner aufheben, oder was? Ach ja, was ist denn liegen, ist ja wurscht. Ist ja wurscht, wo kommt er denn jetzt her? So, dieser Dreckhaufen, der muss auch nochmal weg. Kann man das irgendwie, ähm, bewerkstelligen, dass das Ding da weg geht? Bruder, los. Fang an. Ja, guck mal. Ah, sehr schön. Da ist doch noch mehr Dreck. Ich seh den doch. Bist du blind? Mach den Dreck doch mal weg. Hallo? Ey. Du vielleicht? Ja, bringe das einfach mal irgendwo hin, diesen Schutt, den da hast. Ah, jetzt arbeitet er wieder, guck mal. Manchmal arbeiten sie, manchmal nicht, man weiß es nicht. So, den Besenjob hier, der hat da nicht irgendwie nicht richtig gemacht. Wir machen mal hier einen neuen Besenjob hin. So, hier fangen wir hier da putzen gehen. Diesen Besenjob machen wir weg. Wieso? Schau mal, es wird, es wird, es wird. Ich sag's euch, es wird. Auf was hackt der denn jetzt noch da rum? Der macht grad ein Loch da rein. Kann das sein? Nee, nee, Jungs, nicht noch tiefer. Nein, 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 das ist schon gut, so wie es ist. Hört auf. Hört auf. Hier liegt nur noch ein bisschen Schund rum. Der Rest ist eigentlich egal. Das da hinten muss noch weg. Das ist der letzte Dreck, der weg muss noch. Guck mal, das hier. Nur noch das hier eigentlich. So. Das hier muss weg. Danke. Wieso buddelt ihr da noch? Ach, das da. Okay, ich verstehe. Okay. Ist gut. Lass es so. Lass es bitte so. Okay. Hier drei. Ah. Wo ist denn jetzt hier der Buddeljob hin? Buddeljob, hier. Sehr gut gemacht. Komm her. Buddel mal hier. Du hilfst ihm. Diesen Buddeljob weg machen. Wer ist hier für das Putzen eingeteilt? Du. Da liegen noch Steine rum. Sommel die doch mal ein. Ne, das wird zu einfach, ne? Das wird zu einfach. Ja, was jetzt? Der schläft schon wieder. Guck's dir an. Nicht schlafen. Weitermachen. Nur weil da oben drauf stand, weißt du? Oh Mann, ey. Die sind echt noch nicht so ganz so schlau. Wir machen zwar ein bisschen was wir machen sollen, aber nicht so ganz. Ja, guck mal. Aber dieser Berg ist gleich weg. Herrlich wie er das macht. Hier ist auch noch so ein... Gedöns. Da kann auch einer von euch dann hin. Du wahrscheinlich genau gleich. Wenn der weg ist, kannst du dich hier hingehen. So und das hier machen wir eben nicht. Tschüss. Da. Mach jetzt was. Wo will er denn jetzt hin? Ach guck mal, er macht jetzt. Die Treppe da, die wird von alleine verschwinden, oder was? So. Das ist jetzt. Der Berg ist jetzt weg. Der Berg ist weg. Meine Damen und Herren, der Berg ist weg. Jetzt wird es interessant. Jetzt muss ich nämlich die Treppe wieder abbauen. So. Und dafür teile ich jetzt ihn hier ein. Bringst du bitte erstmal das, was du noch hast, weg? Ist nicht so ganz eben hier, was wir hier gemacht haben, aber was soll's. Das können wir dann immer noch machen. So und jetzt. Komm. Kommst du her, Lisa? Hallo. Du sollst... Lisa, komm her. Komm her. Komm her. Hast du noch immer was in der Hand? Was machst du mit dem Fass? Alter, Lisa. Schmeiß das Fass weg, bitte. Ähm. Komm, Jay. Du hast schon alles mehr gemacht, Jay. Komm mal her. Komm, Jay. So. Der Jay, der Jay, der Jay ist da. Der Jay riecht sich das jetzt. Pass auf. Der ist jetzt der Held vom Erdbefeld. So. Und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr. Construction hier. Das. Einfach, weil wir einfach so viel Zeug haben, dass es irgendwo hin muss. So gut, dass wir jetzt ein bisschen Platz geschaffen haben. Dann können wir das natürlich hinlagern. Und du baust das mal. Und ihr helft. Haben wir noch Holz hier? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Dum dum. Ja, ihr macht das schon. Yay, du bist ja perfekt. Runter jetzt mit dir. Ich mach jetzt schnell das nächste ein, dass du das nächste abreißen darfst. Und zwar diese Schicht und diese Schicht und diese und diese und diese und diese. Kannst du das? Na klar. Von oben nach unten. Das ist hervorragend. Ich muss mal einen kleinen Schluck trinken gerade. Ihr verzeiht das. Jetzt habe ich fast eine Stunde damit zugebracht, also vier Folgen diesen Berg abzutragen. Aber es wird, es wird. Na komm. Das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert. Jawoll. Weiter so, weiter so. Wenn der jetzt gleich alles weg hat, dann kann ein anderer ankommen und hier erstmal aufräumen. Ich mach mal, glaub ich, hier so ein... Ne, man. Hier mach mal einen neuen Besen. Eine neue Besenaufgabe hin. Zack. Schön. Was machst du? Kannst du das irgendwo... Tim? Der hat noch irgendwas geladen. Doof, irgendwie. Patrick, komm mal her. Du hast noch nichts zu tun. Mach mal hier. Mach mal sauber. Mach mal sauber. Mach du sauber? Wie viele Steine hier rumliegen. Ja, weiter, weiter. Weiter sauber machen. Hallo. Du bist der Staubsauger, Mann. Gut. Diese sauber Aufgabe kann erstmal weg. Jetzt würden die zwischendurch mal einschlafen. So sieht das manchmal aus, ne? Dann müssen sie erst wieder neu überlegen. Was ist jetzt Sache? Was geht denn jetzt? Was geht jetzt? Was geht? Was machst du denn da? Oh, Mann. Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ihr raubt erstmal die Steine da weg. Das ist schon mal sehr gut. Und dann möchte ich bitte, dass ihr jetzt auch noch diese Treppe hier abbaut. Diese Treppe muss nämlich auch weg. Denn die können wir nicht mehr gebrauchen. Es ist einfach so. Die Treppe muss weg. Bis unten hin. Danke. So. Und wir teilen wir dafür ein. Irgendjahr hat gar nichts zu tun. Dann du. Und du dann bitte auch. Carina und Flag Media. Das Dream Team. Das neue Dream Team. Ihn Treppen abarbeiten. Legs mir eben nicht erst alles ein und dann baue ich ne Burg. Der haut den unter den den Füßen weg. Bam! Auf die Mütze! Hau ihn! 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 Herrlich! So. Okay. So. Wenn dann alles aufgeräumt ist, dann kann ich hier unten anfangen neue Klötze zu setzen. Und zwar werde ich mal hier ein hinsetzen. Hier ein. Weil dann wird's schwieriger. Dann muss ich hier gucken, wie das hier... Das sieht man nicht mal ganz genau. Was wo ist? Ach das ist da unten. Okay. Schön so. Das sieht gut aus. So. Der nächste Stein. Da oben drauf. Zack. 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 Dann fliegt er. Das kann ich nicht machen. Dann muss ich erstmal einen kleinen Klotz haben. Kleinen Klotz. Geht nicht dahin. Könnt ihr das machen? Nein. Okay. Nehm ich einen großen Klotz. Und setzen einfach da hin. Das ist in Ordnung so. Haha. So. Den setzen wir da hin. ... Sieht weg. Sek formal. Cox. Meist Thai. Und dann wollen wir Amo-